In dem ganzen Elder Scrolls-Universum sind die Dwemer wohl das absolut spannendste Volk überhaupt. Sie sind spurlos verschwunden und abgesehen von ihren Konstrukten und alten Ruinen ist von ihnen nichts übrig geblieben. Doch was wäre passiert, wenn die Dwemer nicht verschwunden wären? Wie hätte sich das auf Tamriel und seine Völker ausgewirkt? Damit ganz herzlich willkommen auf Amimos, dem Channel, wo sich alles rund um The Elder Scrolls dreht. Spiele wie Morrowind, Oblivion, Skyrim oder The Elder Scrolls Online lassen dein Herz höher schlagen, dann lass gerne kostenlos ein Abo da. In der ganzen Elder Scrolls-Reihe ist das Verschwinden der Dwemer eins der größten Rätsel. Um zu verstehen, wie sich das Dableiben der Dwemer auf ganz Tamriel und seine Völker ausgewirkt hätte, müssen wir uns natürlich das Verschwinden der Dwemer einmal ganz kurz näher ansehen. Denn ironischerweise ranken sich genau um dieses Verschwinden die meisten Legenden und wir erfahren dadurch mit am meisten über die Dwemer. In der ersten Ära im Jahr 700 versuchte der oberste Architekt der Dwemer, Kargrenak, das Herz von Lorcan anzuzapfen. Laut den Legenden gehörte dieses Herz einem der mächtigsten Götter. Karrenak wollte die göttliche Macht des Herzens anzapfen und diese in das Numidium kanalisieren. Einem gigantischen Konstrukt, dem Kargrenak göttliches Leben einhauchen wollte. Die Dumer, bekannt als Dunkelelfen, versuchten jedoch genau das zu verhindern. In der entscheidenden Schlacht am Rotenberg schafften es nicht die Dumer, den Vorhaben von Kargrenak entgegenzuwirken. Doch der oberste Architekt der Dwemer schaffte auch nicht das, was er schaffen wollte. In dem Moment, wo er die Macht von Lorcans Herz anzapfte, verschwanden auf einmal alle Dwemer spurlos. Doch in unserem heutigen Video passierte eben genau das nicht, sondern Kargrenak hatte Erfolg und hauchte dem Numidium Leben ein. Dieses erkannte sofort, dass seine Schöpfer in großer Gefahr waren und schritt in den Kampf ein. Die Dumer sind bekannt für ihren Atheismus und das in einer Welt, wo es Götter gibt. Sie sehen jedoch nicht diese übernatürlichen Wesen als Götter an, sondern nur als Mitbewohner der Urbis. Letzteres bezeichnet das komplette Universum von Elder Scrolls samt seiner Ebenen. Für die Dwemer waren sowohl die Aedra als auch Daedra nichts anderes als Mitbewohner, die zwar mächtiger waren, aber die man durchaus einholen konnte, wenn man dazu bereit war, die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und sich weiterzuentwickeln. Mit der Erschaffung des Numidiums gelang genau das Kargrenak zu beweisen, denn das Numidium hatte göttliche Kräfte. Somit hatte ein sterbliches Volk selbst einen Gott erschaffen. Damit war bewiesen, dass das Göttliche nicht mehr göttlich ist. Doch den armen Dunkelelfen blieb keine Zeit, um zu philosophieren. Sie wurden von dem Numidium einfach niedergeschmettert. Ein Blick in die Historie verrät über die Dwemer, dass wir nur deswegen über sie etwas wissen, weil halt die Konflikte mit anderen Völkern, die sie gehabt haben, festgehalten wurden. Und auch jetzt zeigten sich die Dwemer nicht weniger kriegerisch und ließen es zu, dass das Numidium komplett Morrowind vernichtete. Den Duman selbst kam niemand zu Hilfe. Waren sie doch bekannt als ein Volk, was gerne andere Völker von Tamriel versklavte und sich als eine überlegene Spezies ansah. Mit dem Numidium hatten die Dwemer die ultimative Kriegsmaschine. Eine Waffe, die so mächtig war, dass sich alle vor ihr fürchteten. Der Vernichtung der Dunkelelfen trauerte niemand hinterher. Das Tribunal, bestehend aus Almalexia, Sotasil und Vivek, konnte erst gar nicht entstehen. Die komplette Kultur der Dumer wurde vernichtet. Die Dumer hatten auch keine Skrupel, dies zu tun. Schließlich verehrten die Dunkelelfen die Detra. Und auch wenn die Dumer besonders arrogant waren und sich nicht als weniger oder mehr überlegen ansahen als die Götter, so empfanden sie doch für die Detra wie eigentlich alle Völker von Tamriel eine ziemlich große Abneigung. Nachdem man mit dem Numidium komplett Morrowind eingenommen hatte, konnten Kargenak und seine Gelehrten sich wieder interessanteren Fragen und philosophischen Konzepten zuwenden. Ja, die Dumer hatten es geschafft, einer Maschine göttliches Leben einzuhauen, doch sie verstanden nicht, was sie da überhaupt erschaffen hatten. Sie konnten das Numidium kontrollieren und das Numidium respektierte sie. Schließlich waren sie die Schöpfer des Numidiums gewesen. Auf die Frage, was das Wesen sei, kam keine wirklich vernünftige Antwort, die ein Dumer hätte verstehen können. Wie der Blick in eine Schriftrolle der Alte ergab das Gerät keinen Sinn. Wie konnte es auch irgendeinen Sinn ergeben? Schließlich war es eine Maschine mit göttlichen Leben, die von Sterblichen erschaffen worden war. Und Sterbliche, die göttliches Leben erschaffen, nun das ist ein Widerspruch in sich. Einige Gelehrte suchten durchaus zu dieser Zeit die Parallelen zu den Schriftrollen der Alten. Offenkundig bestand eine philosophische Verbindung. Andere lehnten jedoch dies strikt ab. So entbrannte unter den Gelehrten ein Streit darüber, welche philosophischen Konzepte die richtigen waren. Und nach welchen Konzepten sich die Thwema-Gesellschaft zu richten hatte. Stand man nun über den Göttern, weil man als Sterbliche einen Gott erschaffen hatte? Oder war man mit ihnen auf einer Stufe? Und dann waren da noch die Thwema, die überhaupt anzweifelten, ob das Experiment geglückt war. Zwar hatte das Numidium sehr beeindruckende Kräfte, aber es zeigte nicht wirklich einen freien Willen. Würde sich ein Gott wirklich der Knute der Thwema unterwerfen? Dagegen argumentierten Kargrenack und seine Gelehrten, dass dem logischerweise so sei. Schließlich haben die Thwema das Wesen erschaffen. Sie standen somit über den Göttern und einem Gott blieb also nichts anderes übrig, als sich ihnen zu unterwerfen. Dementsprechend machte der Gehorsam des Numidiums einen großen Sinn. Aus diesen unterschiedlichen philosophischen Konzepten entstanden wiederum neue Thwema-Kulturen. Man war jedoch so vernünftig und entschied sich dafür, sich lieber nicht zu bekriegen, sondern den Auge auf andere Ländereien zu werfen. Einige der Thwema hatten die Schnauze gestrichen voll von Kargrenack und seinen Lehren und entschieden sich dafür auszuwandern. Jetzt, wo die Dunkelelfen vernichtet waren und die Welt vor ihnen zitterte, sahen die Thwema auch keinen Grund mehr dazu, unter die Erde zu gehen. Sie waren hier schließlich hingegangen, um sich von den Dunkelelfen, Hochelfen und Waldelfen abzugrenzen und ihre Ruhe zu haben. Von diesen Völkern wurden sie stets als Außenseiter betrachtet. Doch nun hatte sich das Blatt gewendet. Und die Thwema hatten nicht vergessen, was in der Vergangenheit geschehen war. Durch den Aufstieg der Thwema und die Einsetzung des Numidiums, um ihre Macht zu sichern auf Tamriel, konnte erst das Kaiserreich gar nicht so groß werden, wie es heute ist. Tatsächlich nutzte Tiber Septim seinerseits das Numidium, um halt große Landstriche von Tamriel zu erobern. Doch die schillernde Persönlichkeit des Kaiserreiches war zu diesem Zeitpunkt historisch noch nicht mal auf der Bühne aufgetreten. Und das noch junge Kaiserreich wurde schnell von einem der Thwema-Völker überrannt. Bereits in der Vergangenheit hatten die Thwema bewiesen, dass sie sehr eigennützig sind. So waren die Falmer früher als die Schneeelfen bekannt und ein Volk, was wie die anderen Meervölker an der Oberfläche lebte. Doch mit dem ersten Auftauchen der Nord in Himmelsrand wurden sie vertrieben und suchten Zuflucht bei ihren Brüdern, den Thwemern. Damals gaben die Thwemern den Falmern Zuflucht, doch nur um sie dann schließlich zu versklaven und mit ihnen abscheuliche Experimente durchzuführen. Im Zuge dieser Mutationen verloren die Falmer ihre Sehkraft und wurden zu hässlichen, degenerierten Wesen, die ihren Meistern treu dienen müssen. Bei den Falmern handelte es sich um die direkten Verwandten der Thwema. Der Name Meer steckt ja sogar in beiden Völkernamen drin. Dementsprechend hatten sie noch weniger Respekt vor den Argoniern oder Kajid. Doch insbesondere in Schwarzmarsch gab es erheblichen Widerstand. Die Argonier sind ein raues Volk und viele von ihnen verehren Sites und sind im Bunde mit der dunklen Bruderschaft. Die Einnahme von Schwarzmarsch erwies sich als unmöglich. Außerdem gab es hier nichts wirklich Besonderes für die Thwema. Man entschied sich also dafür, die Argonier lieber in Ruhe zu lassen. Doch die Kajid und insbesondere die Menschenvölker wurden weniger gnädig behandelt. Nachdem die ersten Menschen erfolgreich unter der Führung von Alessia gegen die Aleiden rebelliert hatten und damit die Fesseln ihrer Knechtschaft sprengten, kamen jetzt nun ihre neuen Meister. Die Thwema erkannten den Vorteil der Menschheit. Sie waren sehr schnell zu züchten, anpassungsfähig und intelligent genug, um sie auch für komplexere Aufgaben einzusetzen. Einige von ihnen waren so hinterlistig, dass sie sogar ihre eigene Spezies verrieten. Die Thwema waren natürlich nicht dumm und brachten diese Menschen als erste um, denn wer einmal ein verrät, tut das auch ein anderes Mal. Und so fielen die Provinzen Hochfels, Himmelsrand, aber auch Cyrodil in die Hände der Thwema. Mit den Orks, genannt Orsimern hingegen, verstand man sich gut. Es gab Ähnlichkeiten zwischen den beiden Völkern. So waren auch die Orks immer vertrieben worden und hatten nie wirklich eine Heimat gefunden. Zu dem Zeitpunkt, wo die Thwema zu der mächtigsten Fraktion auf ganz Tamriel wurden, gab es Orsinium noch nicht und der Gedanke an ein eigenes Reich, den hatten nur wenige Orks. Es gab eine Reihe von Thwema, die mit den Orks mitfühlten. Schließlich hatten auch die Thwema einst sehr viel Zurückweisung erlebt. Andere sahen die Orks aufgrund ihrer kriegerischen Natur dennoch als eine Bedrohung. Letztlich half man allerdings den Orks und errichtete gemeinsam mit ihnen Orsinium. Diese frische Freundschaft erwies sich als besonders dienlich für die Thwema. Denn die Orks waren nicht nur bereit, ihnen gemeinsam in die Schlacht zu folgen, sondern waren auch noch exzellente Schmiede. Natürlich war das Handwerk der Thwema bei weitem beeindruckender und besser als der Orks, aber brachte man den Orks die Techniken bei, konnten diese viel schneller schmieden. Verzettelten sich doch die Thwema gerne in Kleinigkeiten und wollten ständig irgendetwas Neues erschaffen. Die Orks hingegen waren für die Serienproduktion von Waffen deutlich effektiver. Und so richtete sich der Blick der Orks und Thwema gierig zu den Somerset-Inseln. Die Hochelfen wurden in der Geschichte von Tamriel immer etwas belächelt für ihren Isolationismus. Immer wieder hatte man sich vor dem Fremden auf der Insel abgeschottet. Man hatte sich in Arroganz und Überlegenheit gebadet. Zwar gab es auch Hochelfen, die die anderen Völker respektierten und sogar die Verbundenheit zu ihnen suchten, aber ein Großteil von ihnen waren halt einfach schlicht hin Rassisten. Später in der Geschichte sollte das in der Gründung des Talmoors münden, der zum Schluss sich immer weiter radikalisierte und dann das Alt-Miri-Dominion übernahm. Doch zu dem Zeitpunkt, wo die Thwema die Herrschaft anstrebten von ganz Tamriel, nun da gab es doch nicht den Talmoor. Die mächtigste und mysteriöseste Organisation auf den Somerset-Inseln war der Zitschik-Orden. Magie war in weiten Teilen von Tamriel und insbesondere auf den Somerset-Inseln nur einer kleinen Kaste vorbehalten. Mit der richtigen Abstammung konnte man in diese Kaste aufsteigen oder man wurde einfach in sie hineingeboren. Jedoch verfügte der Zitschik-Orden über sehr mächtige Magier. Und diese machten es den Dwemern schwer, die Somerset-Inseln einzunehmen. Was die Hochelfen nicht wussten, die Dwemer kämpften an zwei Fronten. Denn intern bei den Dwemern gab es immer mehr Völker, die den Krieg als sinnlos erachteten. Einige von ihnen respektierten sogar den Zitschik-Orden und sahen diesen als potenziellen Verbündeten an. Die Dwemer hatten noch nicht jedes Rätsel gelöst und wollten noch mehr Wissen erlangen. Insbesondere die Frage, was in Aetherius, der Geist der Welt, sich alles verbirgt, drängte sich vielen Gelehrten und Philosophen auf. Eben genau der Zitschik-Orden könnte ein mächtiger Verbündeter sein, um dieses Rätsel zu lüften. Im Geheimen fingen einige Gelehrte an, mit dem Zitschik-Orden Briefe auszutauschen. Und so ging erneut ein tiefer Riss durch die Dwemerkultur. Die Mitglieder des Zitschik-Orden sahen wiederum eine Möglichkeit, mit heiler Haut davonzukommen. Nach vielen Kämpfen, diplomatischen Verhandlungen und auch Intrigen beugten schließlich die Hochelfen der Somerset-Inseln das Knie vor den Dwemern. Jedoch gelang es den Dwemern nicht viel nahe, die Inseln einzunehmen. Stattdessen wohnen die Somerset-Inseln zu einem Vasallen und man arbeitete in der Zukunft mit dem Zitschik-Orden eng zusammen. Und gemeinsam sollte man viel erreichen. Später in der Historie von Tambriel kam es zu entscheidenden Ereignissen. Unter anderem strebte der Detra-Fürst Molagbal die Ebenenverschmelzung an. Die Dwemer schickten kurzerhand durch einen der dunklen Anker das Numidium, was daraufhin Kalthafen dem Erdboden gleichmachte. In Folge dessen wagten es erst gar nicht, andere Detra-Fürsten, mit der Ausnahme von Cheogorath, in die Reiche der Sterblichen vorzudringen. Die Oblivion-Krise fand nicht statt. Denn Merunis-Dargon hatte gesehen, was mit Kalthafen geschehen war und entschied sich lieber dafür, mit den anderen Fürsten Krieg zu spielen. Ja, selbst die Detra-Fürsten hatten Angst vor den Dwemern. Und diese wurden mit jedem Jahr weiter mächtig und konnten ihre Magie perfektionieren. Bereits zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich verschwanden in der Historie von Tambriel, konnten sie Telepathie wirken. Auf Tambriel herrschte also eine deutlich fortschrittlichere Zivilisation, als Molagbal anfing, die Ebenenverschmelzung einzuleiten. Man hatte bereits die ersten Schiffe gebaut, die die A-Urbis bereisten, um zu erkunden, was da draußen so war. Mananauten nannte man diese Forscher, die bereit waren, die Weiten des Universums zu erkunden. Wo die ersten Malanauten des königlichen Kaiserreiches gescheitert waren, konnten nun die Dwemer Erfolge vorweisen. Man drang bis nach Aetherius vor. Der Dimension, von der es auch hieß, dass alle Marika abstamme. Die Sterne und die Sonne in der A-Urbis bilden dabei die Risse in diese andere Sphäre. Durch sie sickert auch Magika in die Reiche der Sterblichen. Und gelegentlich kommt es zu Mitoa-Schauern von Aetherium. Einem wertvollen, seltenen blauen Material, was nur die Dwemer verstanden zu schmieden. Doch was genau die Dwemer in Aetherius erwartete, bleibt ein Geheimnis. Vielleicht stoßen sie hier auf die Edra, die Götter, die Mundus erschufen. Vielleicht gelang es ihnen Ebenen, wie zum Beispiel Sovengarde, die in Aetherius vermutet werden, zu untersuchen. Vielleicht änderten sie den Klang des Universums und erschufen damit ein ganz neues. Oder aber sie weckten den Träumer und vernichteten damit die komplette A-Urbis, die nach einigen Theorien nur erdacht ist. Was auch immer die Dwemer in Aetherius vorfinden und über diese Dimension herausfinden, spannenderweise kommen wir zu ganz ähnlichen Fragen, wie die, die wir haben bei ihrem Verschwinden. In diesem Sinne ist es vielleicht ganz gut, dass sie einfach verschwunden sind. Wenn du dich jetzt noch mehr für die spannende Lore von Elder Scrolls interessierst, dann klick dich gerne hier in diese Playlist rein. Wenn dir das Format gefallen hat, lass gerne ein kostenloses Abo da und ich würde mich zudem über Feedback in den Kommentaren freuen.